Am Freitag, den 26. Juni, findet von 18 bis 24 Uhr der Orgelmarathon zur Nacht der offenen Kirchen auch bei uns in der Elisabethkirche Kassel statt. Von 18 bis 24 Uhr hören Sie Musik. Thomas Pieper spielt, Werner Reinhardt und Eberhard Pieper, Wilhelm Ritter, Peer Schlechter, Martin Fortunity und nochmals Thomas Pieper. 23 Uhr zum Abschluss mit Orgellicht und Laser. Filmmusik, unterschiedliche Klangfarben unserer Bosch-Bornefeld-Orgel werden Sie erleben. Herzliche Einladung zur Nacht der offenen Kirchen am 26. Juni von 18 bis 24 Uhr.